hey leute was geht herzlich willkommen zurück zu meinem letzten drink heute ist action an der reihe energy drink action energy drink ja die dose gibt zur 50 cent beim teddy euch schon mal gedacht ja ich kann ja kennt sie bestimmt alle der schon mal der tee die in der nähe hat oder so schmeckt ich bin manchmal ganz sicher wie schmeckt aber ich habe so eine kleine vorhanden ja also es ist nicht das beste aber so für zwischendurch ist ganz okay und jetzt könnte ich einen auf push auf push eisgut vertragen bisschen müde pfand frei da steht der energy is yours schmeckt am besten eiskalt klar ist klar ja die dose sieht eigentlich ganz okay aus ich finde besser aus als ihr von rhino die grüne die hat ein bisschen mehr action machen wir mal auf das teil war farbe ok also farbe ganz ganz normale energy drink wie man es kennt sieht genauso aus wie die von rhino das war vom geruch her vom geruch her es riecht nicht so intensiv nach diesen gummi bärchen wie bei rhino bei classic aber riecht vom also form vom serie riecht genauso nur nicht so intensiv das mich halt echt nicht so intensiv nach gummi bärchen das finde ich gut so probieren wie schmeckt es riecht nicht nur so es riecht nicht nur so intensiv so 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 ähm stark wie rhino es schmeckt doch nicht so stark wie rhinos äh es riecht wirklich angenehm und schmeckt ähm ja es ist nicht das beste aber für 50 cent ist es echt gut richtig gut sogar so also wenn ihr beim tee seid und 50 cent dabei habt holt es euch ob es eiskalt oder nicht ist scheißegal aber es ist halt wie gesagt nicht das beste aber so für den kleinen durst für zwischendurch und wenn man ein bisschen wach werden will ist action hier alles ganz ok vom teddy 50 cent wie gesagt ähm ja also ich finde ähm es schmeckt ganz normal wie einer drink aber weniger diesen gummi bärchen geschmack also so als hätte man äh energy drink gemacht aber halt diesen äh dieses zeug vergessen das ist wie gummi bärchen schmecken was also ist ist machbar ne also ich trinke das jetzt da mal leer und sag tschüss 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 so 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 so